es ist das zentrum Kamera reißt sich zusammen so wir sind hier immer noch in diesem was auch immer es ist man nennt es das Psycho-Aaron das Psycho-Chameleon wir sind hier und um den letzten der drei Knochenfürsten zu unterjochen cool cool so weiter gehts hoffentlich sind wir hier aber durch das ist irgendwie doch unangenehm hier sagen wir mal mir gefällt das nicht sehr wow das wirkt wie ein größerer Raum und knackt die Brücke ein das wäre doch mal du gehst über eine Brücke und dann bricht sie ein oh was haben wir denn hier schönes ein Ziegenartefakt frisch aus dem Stall frisch aus dem Stall super ok Käfer nicht hier wie die Märchen sagen würden natürlich natürlich in einer etwas feminieren grazileren Stimme das muss ich da rein cool jetzt wird das schwarz aha aber ich muss jetzt nicht hier kämpfen oder dieser Finsternis mach ich mal einen ich ich hatte gehofft ein Champion würde auferstehen der sich dem Verderben stellen könnte und du bist so weit gekommen Reiter eine Schande dass eine Reislinge endet oh voll das epische Duel Duel in the Shade sag ich nur auch zack du elende feige Kröte oh ach 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 Au Boah, das war knapp Ja, genau so Zack Au Au Junge, das ist uncool Du kannst doch nicht Auf der einen Seite regt sich der gute Herr auf, dass ich nicht stark genug bin Auf der anderen Seite kämpft er nicht allein gegen mich Bei einem Duell der Ehre Oh, du kannst dich hassen, du kannst dich töten Wenn du nicht schon tot wärst Deine Freundin wird dich auch töten Deine Freundin wird auch stammen So wahr mein Name immer noch tot ist Au Au Und spieß sie auf, Junge Ah, geht aus Oh, shit, wunderschön Genug Ich werde mitgekommen, Reiter Bis zum Fürsten der Knochen Der gefällt mir Selbst bis zum Gericht Der Junge Achidnas Fänge Haben im Laufe der Jahrtausende bereits zahllose Lebewesen das Leben entzogen Um den Hunger der Beste zu stellen Nun sind sie zu einer Waffe für tot verarbeitet Und entziehen seinen Geiger Gesundheit Und schwächen sie, um den Raper zu stärken Cool, der Junge gefällt mir mit seinen Zwecklinge So Die alte Ächirten ist auch tot Schön Kann ich gleich Tane davon berichterstatten Hey, Tane Die alte Spinne ist auch tot Nö So Okay Ah, unätzenses Gift, toll Die haben wir noch einmal so ein Siegern Artifact Okay Ach not Ob ich jetzt den abgesessenen Tölkönig besiegen kann Was soll ich jetzt rausprobieren Aus Raus Raus Rausfinden Mal sehen Dann Muss ich ihn nicht auch töten Für Für Tane Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher Sicher Muss ich hier hin Oder war ich hier die Abkürzung Oder ja Sollte ich hier wohl offensichtlich hin So Jetzt sehen wir uns so Es ist auch relativ egal Dass die Kamera so herum Wusselt 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 So Mal sehen Ob er bereit zu sterben ist Oder nicht Und ich hab keine Heiltränke Oder Mein Mann Was soll das Das ist anti-geil So Das kann doch wohl nicht wahr sein Mangelnde Vorbereitung ist ein Zeichen von Dummheit Gut The Endless Throne Cool Hey Ziegmann Neue Waren aus nahen und fernen Ländern So wenig Geld Gut Schön Weg 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 Alles muss weg So Ich hab da doch noch was für dich Gut Schön Gut Ich habe einen Fehlkettenpunkt Für Hmm 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 Nehmen wir Oder das Lea Ja nehmen wir das Das könnte sich als nützlich herausstellen Auch gegen den alten Sack Gegen den ich jetzt kämpfen werde Mal sehen Hmm Hmm Habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben Aber ich weiß nicht mehr warum Das ist ein Bar Lag hier noch etwas Hey Junge Ja Na toll Illabgesetzte König Mit einem Eisbart Na toll Bäh Das ist der Superstart In diesem Tag Oh fuck Au Au Und Spieß Und Spieß Weg Weg Nein So Junge Au Nein So Und weiter geht Und weiter geht Und zweiter Schlag Und bam Und bam Und bam Und zack Oh Besser geht das Letztes geht Ist war noch nicht leicht Au Nein Tja Au Mein Gott hat der eine Range Oder etwas aus der Übung Au Mein Gott Du darfst doch Nein Mein Gott reiß dich zusammen Mann Vor fünf Levels Hast du besser gegen den gekämpft Okay Aber ich weiß Dass ich ihn besinnen kann Boom Ja Ich weiß Wer du bist Gut Gut Weg Weg Musst du warten bis er schlägt Weg Hoch Und spießen Weitere jetzt Weg Weg Braav Guter Tod Nein Äh Äh Die Kräuneinsätze Und weg Springer Und weg Springer Gut Brav So Bam 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 Und zack Ist immer noch nicht ganz leicht Aber gut Und zack und weiter Zack Zack Und zack Und weiter Und die Konzentration Und zack Und zack und zack Und zack. Mit allem draufballen, was ich habe. Hoppala. Nein! Ja. Aber ich habe ja auch noch einen Trick auf Lager. Oder? Frisst das! Gut, okay. Fiff deine Wirbelstum ein. Hopp. Und zack. Tot. Deine Mutter ist auch nicht besser als du. Ja, ich kenne deine Mutter. Au. Äh. Nein! Zack, zack. Nein! Gut. Au. Sollte Scheiße. Nein! Nein! Was ist geschehen? Ich hasse mein Leben. Jetzt, wo ich gewinnen kann gegen den Schwein... Nein! Ich werde nicht verlieren! Nicht wegen der Framerate! Was ist geschehen? Oh, verdammt! Warum passiert das nur mir? Okay. Ich hasse mein Leben. Und damit sage ich, bis zur nächsten Folge von Let's Play Darksiders 2!